so hallo liebe follower und followerinnen auf facebook ich hoffe die technik funktioniert ich begrüße euch mal wieder im wohnzimmer in fulda heute haben wir einen ganz besonderen vortrag vorbereitet von tobias der uns gerade zugeschaltet ist und zwar live aus udewala in schweden hallo toby grüß dich ja heute geht es um das thema reisen ohne geld beziehungsweise reisen mit sehr wenig geld oder reisen ohne dass geld eine wichtige rolle spielen würde mit toby haben wir heute quasi einen wirklichen experten auf diesem feld zu gast kennen uns schon sehr lange ich habe viel von ihnen lernen dürfen bin aufgrund seiner inspiration und der von seiner frau paula selbst um ja um viele ecken und enden getrampt habe viel dazu lernen können und ja freue mich dass du heute dir die zeit nimmst und mit uns deine erfahrungen teilst bevor es losgeht möchte ich ganz kurz ein organisatorische dinge sagen und zwar wird es heute vorerst die letzte veranstaltung die ich mit moderiere ich werde in den kommenden tagen vater und bin da unglaublich voller vorfreude und werde mich natürlich dann erstmal um was anderes zu kümmern haben als hier auf facebook veranstaltungen zu moderieren und deswegen möchte ich gleich hier am anfang die verantwortung quasi feierlich abgeben an meinen sehr kompetenten und gut aussehenden kollegen achmad bayern der jetzt ins bild kommt achmad ist schon seit einem jahr mein kollege beim wohnzimmer auch als koordinator des projekts und ja hilft mir ganz ganz viel in meiner täglichen arbeit und rückt jetzt quasi in eine neue rolle als moderator von online veranstaltungen ist eine premiere heute und wir schauen mal wie das funktioniert lasst uns gerne irgendwie ein feedback da ob es euch gefällt ob achmad irgendwie was besser machen kann oder so und wir probieren es jetzt direkt mal aus ich verabschiede mich aus dem bild einige werden sich freuen dann ist das bayern trikot nicht mehr zu sehen ich wünsche euch viel spaß achmad tobi ich gucke von da vorne aus zu und freue mich auf den vortrag macht's gut ja genau also vielen dank jochan für diese worte und für diese vorstellung und genau also jochan hat es erwähnt ich mache das zum ersten mal und ich würde mich auch freuen also auf eure feedbacks und fragen und was ich in der zukunft besser machen kann also jochan hat schon tobias vorgestellt ich war auch einer von den personen die tobias inspiriert hat camping zu gehen und ich bin wirklich mega gespannt auf den vortrag mit tobias und also ist heute jetzt meine rede beitrag also so gut wie vorbei ich gebe dir jetzt die wort tobias okay ich mache ich die präsentation schon an ja kannst du das mal okay dann mache ich gerade auch das screen so so okay ist das bild ja ja die präsentation sehen gerade nichts mehr ja also ich du warst kurz weg hallo hast du mich wieder tobias ja ich hatte ich glaube die ganze zeit gehört ja vielleicht kannst du uns auch sagen wo du gerade sitzt und warum die entdeckende wendung ist also schlecht ist ja ja okay genau ja jochan lag ein bisschen in der nähe nur ich bin nicht in udewaler sondern fergelander gerade das ist ungefähr 40 km nördlich von udewaler die ist so eine kleine schule eigentlich wegen corona sind die ganzen leute nicht mehr hier ist ein internat und da ist so eine schöne ecke wo man eigentlich ganz gut sitzen kann und internet in der schule hat jetzt hat es aber angefangen zu regnen und deswegen habe ich mich unter so einem kleinen ja vorsprung verstand ich kann mal ganz kurz einen kleinen umblick von hier geben ich hoffe die kamera sieht es so und die grüne umgebung kein bergsee aber immerhin ja und ja also gut die verbindung hoffen wir mal das klappt eigentlich ist das schulnetz ganz gut akku ist auf voll geladen ich hoffe es funktioniert soweit paula ist mittlerweile auch vor ort ist durch den regen hergekommen lustig paula ja ok soll ich gleich loslegen ja kannst du erst los ok gut ja also ich freue mich den vortrag hier fürs wohnzimmer halten zu können ich habe das schon mal gemacht ja so jochen hat eigentlich ganz schön schon gesagt es ist eigentlich steht zwar vom reisen ohne geld aber eigentlich soll es gar nicht so wirklich um geld gehen sondern es geht um die möglichkeit zu reisen und sich quasi da keine steine in den weg legen zu lassen und sich nicht davon abhalten zu lassen dass ja vielleicht das portmann gerade nicht so gut gefüllt ist ja fangen wir mit der präsentation einfach dann direkt an ja hier ein paar kleine reise impressionen die sich für den vortrag also anfangen kleine einleitung dann kurzer rückblick für mich so wie ist das jahr 2020 verlaufen ja ein sehr außergewöhnliches jahr für die meisten und wie es dazu gekommen ist dass wir jetzt in schweden gelandet sind dann so der vortrag soll ein bisschen so eine einführung sein also meine hoffnung ist dass sich der eine die andere danach denken ja cool hört sich gut an kann ich auch mal versuchen also möglichst niedrigschwellig so einfache kleine tipps die man selber ein bisschen ja das abenteuer beginnen kann so deswegen habe ich den grundlagen das sind so die drei wichtige themen die eigentlich so das hauptsächliche beim reisen oder die so das reisen viel ausmachen ist der transport die unterkunft und die verpflegung ähm danach dann noch der abschnitt mit der aus ressourcen was ich so benutze was empfehlen kann und am ende am ende ist eine fragerunde dann ich dann und dann gebe ich an mich weiter ansonsten wenn es zurückhalten können können danach ist noch viel zeit wie gesagt das alles sehr niedrigschwellig hoffe aber dann dass wir am ende der fragerunde noch mal ein bisschen mehr ins detail gehen können und dann ruhig auch ein bisschen schwierige fragen beantworten können so ja vorstellung habe ich eigentlich schon gemacht so mein name ist tobi ähm bin ich so zum hitchhiken zu dem mal gekommen früher war es eigentlich für mich nur so eine sache wenn ich den bus verpasst habe dann irgendwie so schnell zur klasse zu kommen oder ich habe jetzt hier vorgeschrieben vorgeschichte von hosenfeld über andora zum nordkap ähm so hosenfeld ist ein kleines dorf in der nähe von fulda wo es keine richtigen bus verbindungen gab und wenn ich der freunde besucht habe bin ich dann per anhalter dahin so meine erste größere reise direkt nach der schule mit einem freund zusammen per anhalter nach andora das war so das allererste mal so eine mischung aus mitfahrgelegenheit per anhalter und flugzeug und ähm ja man kann so sagen hat mich das fieber ziemlich gepackt also seitdem ist so das trampen das hitchhiken eigentlich immer hat das immer eine große rolle in meinem leben gespielt manchmal eine pause aber dann ging es genau wieder los mit ja mit zuletzt vor anderthalb jahren oder so dann mit einer der größten reisen dann hoch bis zum nordkap ähm ja was ist motivation für dieses reisen so einmal ist es viel grenzen überwinden also gerade beim trampen ist es ja ja also wir hören also die verbindung ist nicht das beste vielleicht kannst du dein video ausmachen und du kannst aber immerhin deine präsentation mitteilen und vielleicht können wir dich besser hören okay kann ich machen so ja guck mal hörst du mich besser ähm ja kannst du weiter erzählen okay hoffen wir mal dass es was hilft ja ähm genau also grenzen überwinden und auch ein bisschen sich auf etwas einlassen was man nicht so unter Kontrolle hat also gerade beim veranhalter fahren man setzt sich bei freien leuten quasi ins auto und da gehört schon einiges an vertrauen auch dazu in die menschen und eben nicht zu wissen wo kommt man am ende des tages an das ist kein fahrplan das ist bedeutet sehr viel dem zufall überlassen so dann kommen wir zum jahr 2000 äh 2020 ähm wo wir schon mal im schweden waren zum winter silvester hatten wir den plan zum nordkap zu trampen für neujahr haben da ein paar leute getroffen und sind dann über schweden über kiruna diese berühmte minenstadt dann rüber nach navik und hoch zum nordkap ähm das war ein sehr außergewöhnlicher urlaub wir haben bei minus zwölf grad gezeltet was definitiv eine grenzerfahrung war wir hatten relativ gute schlafsäcke dafür aber es war grenzwertig aber doch eine sehr schöne reise aber insbesondere für paula war die hauptmotivation zu wissen dass es danach wieder ins warm gehen gehen sollte ähm als es dann anfang des jahres deutschland so langsam los ging mit corona ähm aber es eigentlich noch keiner so richtig ernst genommen hat haben wir uns auf den weg richtung süden gemacht war eine zeit in rumänien bei freunden und sind dann runter nach zypern und da ging es eigentlich genau gerade los mit zypern mit corona in dem moment wo wir zypern betreten haben gab es die ersten infektionen leute sollten sich isolieren und wir standen da so normalerweise per anhalter und jetzt auf einmal kein kontakt mehr zum menschen war schwierig und dann haben wir uns überlegt okay dann gehen wir wandern haben uns quasi in die berge zurückgezogen und sind dann wandern gegangen für zwei wochen das war die zeit die man sich isolieren sollte ähm genau nach diesen zwei wochen kam dann auf einmal die nachricht nicht nur mehr isolation sondern ausgangssperre das heißt keiner durfte mehr sein haus verlassen was für uns ja schwierige hausbahn zählt weswegen ähm ja im endeffekt dann nur die einzige möglichkeit für uns war dann doch den flug zurück nach deutschland zu nehmen genau das ist nochmal das sind nochmal zwei bilder von zypern ähm in fulda waren wir erstmal froh dass wir da zumindest dann wieder vor die hauste durften haben viele fahrradtüren gemacht und so weiter aber haben irgendwie gemerkt dass wir es nicht so lange aushalten hier zu bleiben und haben geschaut was für optionen haben wir denn noch und haben uns dann überlegt wenn wir eh abstand von menschen halten sollen dann ist fahrrad fahren eigentlich eine super idee wir haben neben unser zelt mit unsere fahrräder ziehen los können unseren abstand halten aber trotzdem noch weiter reisen und schweden war zu dem zeitpunkt glaube ich aktuell auch immer noch so ziemlich das einzige land was eu-bürgern die einreise erlaubt hat also haben wir uns überlegt fahrräder quer durch deutschland ticket in den zug einmal hoch nach rostock mit der fähre rüber nach trelleborg und sind dann ja schweden gefahren ja es gibt eine frage oder eine bitte kannst du ein bisschen langsamer und deutlicher sprechen ok danke ich versuch's mal ja in schweden angekommen sind wir die köste entlang und haben die meiste zeit dann in diesen hütten übernachtet also auf dem foto oben links sieht man das hier es gibt in schweden ganz viele so die wanderhütten windschutzhütten heißen sie so ein kleines dach mit einer feuerstelle davor und eigentlich ein traumhafter ort zum schlafen und davon gibt es so viele dass es auch selbst zum wandern sehr einfach möglich ist quasi einfach von hütte zu hütte zu reisen das heißt die 500 kilometer die wir bis zu unserem jetzigen ort gereist sind haben wir eigentlich nie unser zelt aufbauen müssten weil wir immer solche wunderschönen hütten hatten noch ganz kurz vor jetzt sind jetzt hier in feld lande also 13 kilometer von hier entfernt haben wir eine hütte die gehört quasi teilen der familie und da können wir gerade unterkommen wir bleiben noch ein bisschen hier weil die familie dann auch zu besuch kommt danach hoffentlich machen wir uns dann weiter richtung norden hoffen dass norwegen die grenzen dann zeitig öffnet genau dann kommen wir zu den grundlagen also ja die verschiedenen transport wege ganz kurz noch mal dazu mit dem reisen ohne geld und was die intention dahinter ist so ein bisschen bei mir war der gedanke insbesondere beim studium man hat eigentlich sehr lange ferien die semester ferien an die zwei monate und eigentlich eine super zeit um reisen zu können das problem ist man ja das geld fehlt also hat man die wahl arbeiten oder reisen beziehungsweise erst dann reisen arbeiten und dann mit dem verdienten geld erst reisen und meine idee war eigentlich möchte eigentlich sofort reisen und welche möglichkeiten habe ich denn das zu machen ohne dafür geld ausgeben zu müssen ja so eine einfache sache was man quasi auch jetzt in der zeit machen kann jederzeit einfach vor die haustür wandern ist an sich eine sehr schöne art vor allem weil man überall hinkommen man kann durch wald und wiesen laufen das einzige was mir selber sehr missfällt am wandern man kommt einfach nicht sehr weit es sind 20 kilometer am tag 30 je nach gewicht und für mich war bisher beim reisen schon immer wichtig auch distanzen zurückzulegen also für mich ging urlaub normalerweise immer erst dann an wenn leute eine andere sprache gesprochen haben wollte eigentlich schon grenzen überwinden auch landesgrenzen war immer wichtig das andere beim wandern was wir jetzt auch gemerkt haben zypern so das schlaucht einfach wenn man 20 kilo auf dem rücken hat und die mit sich her schleppt ergibt schönere fortbewegungsarten ja so meine lieblings königs disziplin quasi ist das trampen erst mal erfordert sie von einem selber eine sehr große flexibilität gibt kein plan man kann nicht sagen ich bin heute abend dort wenn man weiß nie wer fährt wohin wenn in dein mit vielleicht erwischt man jemanden der ganz woanders hin fährt am ende also es ist insofern flexibel man kann vor die haustür kann einfach los tram und gucken wo es hingeht man muss aber selber auch sehr flexibel dafür sein das besondere beim trampen ist dass man vor allem in europa riesige distanzen zurücklegen kann also 500 kilometer tausend kilometer an einem tag sind durchaus machbar bei unserer letzten reise zurück vom norden sind wir an einem tag ungefähr 24 stunden von oslo zurück nach fulda gekommen ja da steht es schon schwer planbar problem beim treiben ist so man kann sich nie auf irgendwas sicheres verlassen und es gibt einfach riesige unterschiede in welchem land man ist also auch man hatte mich schon erzählt er hat es in italien glaube ich versucht und italien ist mit eines der schlechtesten länder spanien auch in europa kann man nicht vergleichen in anderen ländern ist es schon seltsam wenn man 20 minuten da steht in spanien ist es jetzt nicht außergewöhnlich wenn man mal einen halben tag irgendwo steht und keine anhalten will genauso ist der ort aber auch schon in ländern großer unterschied wenn ich an irgendeiner landstraße stehe wo alle stunden auto vorbeifährt komme ich viel viel schwerer weg als wenn ich irgendwo an der autobahn direkt stehe und da ich selber ja nie genau wissen kann wo ich rauskomme kann es immer mal passieren dass man irgendwo landet wo man halt nicht mehr so gut wegkommt was wirklich besonders beim treiben ist ist so die vielen menschen die man kennenlernen also menschen die man sonst auch vielleicht nicht unbedingt zu tun gehabt hätte oder die man sonst nicht getroffen hätte trifft man dort einfach viele verschiedene berufe so die ich da irgendwie kennengelernt habe aber auch generell typen von menschen die vielleicht sonst noch nicht in meinem umfeld habe das ist was sehr besonderes kann aber auch schon echt anstrengend sein wenn man so einen tag unterwegs ist und dann 10 20 leute kennengelernt hat jeder erzählt so die eigene geschichte und am ende weiß man schon gar nicht mehr was die ersten freileuten leute einem erzählt haben und das andere ist ja ich habe es versucht zu schreiben mit ein stück weit ausgeliefert sein also ich habe schon vorhin gesagt so man muss sehr viel vertrauen entgegen überbringen es ist schon so ein fahrauto in deutschland auf der autobahn kann auch irgendwie mal bis zu 200 km h fahren etc. also es ist man gibt schon sehr viel vertrauen in den fahrern das ist was was ja auch schon auf jeden fall was schwieriges sein kann ja fahrrad ist jetzt unsere erste richtig größere reise und ich muss sagen also ich liebe es bisher hat mich vom fahrradfahren eigentlich immer abgehalten dass es naja ich eben nicht mal soeben 500 km 1000 km machen kann also von wo wir jetzt sind hoch bis zum nordköp ich weiß nicht 2000 km das ist schon 2000 km das sind drei vier wochen mindestens die wieder unterwegs sind um hinzukommen was wunderschön ist es mit dem Gepäck so dass man das schön auf dem fahrrad verteilen kann und nicht mehr diese ganzen schweren rucksack sachen auf dem rücken tragen muss also viel man fühlt sich viel freier bei der bewegung einfach das ist nicht so ein schleppen was eine schöne sache ist ein fahrrad ist dann wiederum auch leider wieder mehr pannen anfällig das hatten wir wir sind irgendwo unterwegs gewesen ich wollte einkaufen fahren und dann ist die kette gerissen ich musste dann 14 km das fahrrad schieben plus dann noch mal zehn weitere zum nächsten scharfplatz und was beim fahrrad ein bisschen schwierig ist es ist nicht so leicht mit anderen sachen zu kombinieren also ich kann mit dem fahrrad nicht jederzeit irgendwo ein flugzeug in den bus in den zug einsteigen in deutschland zum beispiel zug eigentlich kein problem hier zum beispiel nicht hier muss ein fahrrad zusammen geklappt sein auseinander gebaut sein ohne gepäck etc. in den meisten zügen ja andere variante die wir vorletztes jahr probiert haben ist mit dem boot zu reisen das hatte ich glaube ich im letzten vortrag war das schon mal mit da drin bin auf das boot fahren dadurch gekommen dass ich jemanden kennengelernt habe der mit dem boot einmal quer durch europa gefahren ist von der nordsee einmal runter nach rumänien zum donaudelta und hatte einen platz frei und hat dann angeboten ob irgendjemand sich ihm anschließen möchte beziehungsweise mehrere haben sich angeschlossen und dann dachte ich ja das würde ich gerne mal ausprobieren und bin ihm dann 500 kilometer von irgendwo hinter wien bis nach budapest äh belgrad serbien gefolgt und als ich das hier aufgeschrieben habe war es wirklich schwierig für mich irgendwie zu beschreiben was das schöne am boot fahren ist weil eigentlich man kommt nicht besonders schnell ran voran man ist nicht flexibel man ist auf einem fluss und dann kann ich nicht sagen ich mache mal einen schlenker zu der stadt oder irgend sowas aber ich glaube das besondere am boot fahren war genau das dass man eben nicht irgendwie die wahl hat sondern dass es wirklich einfach nur geradeaus ist es nimmt einem so die entscheidung ab es hat was meditatives fast man paddelt und paddelt und paddelt in eine richtung und versucht zum ziel zu kommen dennoch ist gerade was besonders schönes beim boot fahren man kommt einfach zu orten an die man sonst nicht kommen würde also inseln irgendwelche zu fuß umzugänglichen bereiche ja die man sonst nie erlebt hätte wir haben vor zwei ein zwei jahren sind wir mit dem boot dann paulo und ich wir haben das boot von diesem mit dem ich gepaddelt bin dann abgekauft sind wir durch irland und sind dann zum beispiel irgendwann auf einer insel von was war das harikrishna leuten gehandelt das war so eine harikrishna insel die haben da festivals und da sind wir mit dem boot vorbei und dann haben sie auf die insel eingeladen noch mal zu dem langsam also das war eine sache die ich selber sehr stark unterschätzt habe mit der strömung auf der donau waren 80 kilometer am tag gut möglich als wir in irland unterwegs waren auf kanälen waren 20 30 kilometer am tag so das maximale was machbar war das kann schon relativ deprimierend sein wenn man paddelt und dann sieht man die leute die an einem vorbeilaufen weil sie einfach schneller laufen als man am paddeln ist obwohl man da wirklich kraft rein bringt ja eine andere art zu reisen die wir selber auch relativ häufig verwendet haben ist busse und zug also gerade früher gab es relativ oft günstige tickets gibt es immer noch ab und zu mit denen man dann für 10 20 euro quasi einmal durch europa fahren konnte das haben wir selber relativ häufig gemacht um zum beispiel ja so wochenendtrips in europa zu machen oder ähnliches ja es kommt halt immer sehr darauf an man muss dann sehr lange im voraus buchen und ist dementsprechend nicht wirklich flexibel oder teuer je nachdem was möglich ist zugfahren ist eigentlich auch eine sehr schöne sache in den meisten fällen aber leider doch deutlich teurer als andere fortbewegungsmittel noch mal kurz auch mal kannst du sagen wie es mittlerweile vom hören geht ja wir hören dich super also es ist sehr verständlich ja okay das ist ein bisschen ungewohnt die uns auf facebook gucken die können uns auch ein feedback geben ob die uns auch sehr verständlich hören oder mittlerweile Tobias also wenn ihr etwas bekommt dann meldet euch einfach genau also ich glaube fragen wären auch echt ich freue mich glaube ich selber fragen weil das ist schon ein bisschen befremdlich so dieses ins nichts rein zu sprechen die ganze zeit aber kann ich auch weitermachen dann noch eine andere variante die jetzt nicht wirklich zum reisen ohne geld passt weil sie doch eigentlich relativ kostintensiv ist so die art mit dem auto zu reisen ich will es nur mal kurz erwähnen also weil wir das auch eine zeitlang gemacht haben und es schon eine besonders schöne art ist wenn man einfach sehr flexibel ist und gerade mit einem van quasi einen Schlafplatz überall hat und im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten zum Beispiel auch jederzeit in der Stadt im umwegsamen Gelände etc. bei schlechtem Wetter übernachten kann und man das nicht das Problem hat mit Gepäck also man kann sehr viel mitnehmen und ja ist dann nicht eingeschränkt in den Sachen die man mitnehmen kann was auch gerade die Kosten sehr stark mindern kann ist Mitfahrgelegenheiten also wir hatten wenn wir unterwegs sind gerade durch Spanien hatten wir immer viele Leute mit dem Auto dabei haben auch auf Anhalter gehofft die gab es leider selten aber so lernt man auch Leute kennen für die Leute ist eine günstige Mitfahrgelegenheit und das macht es auch ganz schön und relativ bezahlbar am Ende hatten wir aber so oft Reparaturen und gerade im Ausland ist es dann eine unschöne Sache wenn man so ausgeliefert ist mit dem Auto dass ich es mir so in Zukunft nicht mehr vorstellen könnte es sei denn es wäre ein Auto was nicht reparaturenfällig wäre also wir haben schon die erste Frage von Basel Zata der fragt dich ob Trampen während Corona möglich ist und wenn es möglich ist welche Maßnahmen soll man ergreifen genau also möglich ist alles so ziemlich je nachdem in manchen Orten kann es sein dass es verboten ist ich habe es selber nicht versucht jetzt ich habe aber von anderen gehört die getrampt sind und die gesagt haben dass es auch gut funktioniert hat von einem aus Paris raus getrampt und von jemand anderen der ist in Ungarn per Anhalter unterwegs gewesen für mich selber war die Vorstellung schon sehr komisch irgendwie weil ich gerade da dann zum Beispiel eine Maske tragen würde und ich die Vorstellung sehr komisch fände mit einer Maske am Straßenrand zu stehen weil es ja gerade beim Trampen so um Vertrauen und auch irgendwie ins Gesicht schauen geht und da stelle ich mir das gerade mit der Maske sehr schwer vor grundsätzlich möglich ist es ich bin mir sicher es gibt auch genauso Menschen jetzt die anhalten einer meint es ging sogar besser ich finde es ja ich kann es mir jetzt gerade noch nicht wirklich vorstellen vom Sicherheitsaspekt denke ich aber ist es jetzt eigentlich wesentlich oder nicht gefährlicher als mit Bus zu fahren also gerade im Auto eins zu eins im Bus sitzt man mit 30 Personen oder so auf relativ engen Raum zusammen also ich denke es ist machbar möglich ist es auch aber das übliche beim Trampen man findet es erst dann raus wenn man an der Straße steht ja gut noch eine Frage oder ja es gibt keine weiter Fragen soweit wenn es Fragen gibt dann okay alles klar so genau dann Flugzeug auch noch es gibt ja im Endeffekt also ich bin früher auch ganz früher selber viel geflogen und auch gerade mit wenig Geld gibt es ja viele günstige Flüge ich mag es mittlerweile gar nicht mehr also in den letzten vor dem Rückflug aus Zypern wegen Corona bin ich glaube ich zwölf Jahre keinen Langstreckenflug mehr geflogen also ich mag es vor allem deswegen nicht weil für mich das Wichtige beim Reisen dieses Tanzes ich mag es spüren und ich habe das jetzt ganz deutlich gemerkt nachdem wir aus Zypern zurückgeflogen sind morgens früh in Zypern aufwachen und vier Stunden später wieder in Deutschland sein das fühlt sich sehr unecht an für mich und ich habe nach meinem Empfinden auch tagelang gebraucht das irgendwie so zu realisieren dass ich jetzt in dieser kurzen Zeit diese riesen Strecke zurückgelegt habe und fühle mich nicht wirklich wie so vor Ort also das ist aber auch eine sehr persönliche Sache also zum Beispiel Paula sitzt glaube ich oft schon lieber für zwei Stunden im Flugzeug als zwei Tage in einem Bus zu sitzen während ich kein Problem damit habe 30 Stunden in einem Bus zu sitzen um nach Schottland zu kommen oder so also für mich ist so dieses so dieser verbrauchte Satz mit so der Weg ist das Ziel also die Reise fängt in dem Moment an wo ich das Haus verlasse, mich an die Straße stelle, den Raum Daumen rausstrecke oder mich auf das Fahrrad setze und Fliegen ja fühlt sich für mich einfach nicht gut an und das andere Problem für mich dabei ist auch Gepäckbeschränkungen meist darf man nur einen kleinen Rucksack mitnehmen und so weiter ja, alles Dinge, die für mich so gegen das Fliegen sprechen wobei ich jetzt nicht, wie hier in Skandinavien so gibt es dieses Flugschelm oder sowas sehr, das ist jetzt nicht so meins also ich würde Leuten nicht vorschreiben wollen, nicht zu fliegen meins ist es nicht ja, kommen wir zum zweiten Punkt Unterkunft ist auch immer so eine große Sache also nochmal zurück mit dem finanziellen wieder Möglichkeiten, wie man quasi kostenlos oder ohne größere Konten unterkommen kann so das mit eigentlich immer wichtigste für mich unterwegs ist das Camping weil es mir die größte Flexibilität gibt eine andere Art, wie wir auch öfters unterkommen ist, indem wir einfach bei Freunden, Bekannten unterkommen je mehr man reist, je mehr man die Welt bereist, desto mehr Orte hat man auch einfach, wo man Leute kennt, bei denen man unterkommt und eine etwas ähnliche Sache, die in die Richtung geht, Hospitality and Exchange viele kennen das unter dem Begriff Couchsurfing oder anderen, wo man ja Leute kennenlernen kann, bei denen man übernachten kann was wir gerade jetzt viel verwendet haben, Shelter, Unterstände, also einfach quasi entweder irgendwelche fertig gemachten, wie Schutzhütten, Campinghütten Wilderness hat zu übernachten oder auch natürliche Unterstände einfach, die es ja auch gibt, wie Höhlen, Felsvorsprüngen etc. sich quasi so die Natur zum Zuhause machen dann Squats quasi so, was man so als besetzte Häuser bezeichnet und Hostels und Hotels auch manchmal zu den einzelnen Punkten glaube ich dann gerade noch eh nochmal Bilder oder eine kleine Erklärung dazu genau, also unter Camping habe ich jetzt zusammengefasst alles, was quasi so im Freien stattfindet also ein Zelt ist schon das Einfachste und das Angenehmste weil man da auch vor Regeln eingeschützt ist je nachdem, wo man unterwegs ist gerade in der Sonne oder so, reicht aber auch schon ein Tarp das ist ein einfaches Sonnensegel was so den Regen abhält tagsüber aber auch vor der Sonne schützt wiegt so gut wie nichts also nochmal deutlich leichter als ein Zelt also gerade für Reisen in warme Gebiete mit möglichst wenig Gepäck auch gut eine Variante Biwak bedeutet im Endeffekt einfach nur ja mit Schlafsack, Matratze irgendwo auf der Wiese, am Sand, am Strand zu schlafen das haben wir vor allem, wenn wir in Corsica oder anderen Ländern unterwegs waren am Strand gemacht selber noch nicht kennst du es von anderen eine Hängematte ist auch eine ganz gute und einfache Variante gibt es teilweise dann auch mit so einem Dach da drüber, sodass man auch vor Regeln geschützt ist einzige Nachteil, man braucht halt immer Bäume dafür muss man sich nicht so Gedanken machen um irgendwelches kleinen Vieh was rumkrabbelt und die letzte Variante davon dann auch ja, wenn der Bus, der einem das Camping quasi im Freien übernimmt erlaubt das angenehmste schönste für mich ist dabei, dass es das flexibelste ist ich habe mein Zelt dabei und egal wo ich bin manchmal muss ich vielleicht ein bisschen laufen aber ich finde irgendwo einen Ort, wo ich das aufschlagen kann und dann kann ich dort schlafen ein bisschen schwierig gerade dabei ist wenn man jetzt in irgendeiner riesigen Stadt nehmen wir an, mitten in Berlin oder Paris oder sowas angekommen ist dann wird es meist etwas schwierig bis man einen passenden Ort gefunden hat das Zelt aufzubauen aber selbst in größeren Städten findet sich was wenn man spät genug aufbaut das Zelt und früh genug wieder abhaut klappt das eigentlich immer rechtlich ist es in den meisten Ländern umstritten nicht wirklich erlaubt jetzt aber auch keine große Straftat tatsächlich ist uns in zwölf Jahren oder in zehn Jahren die wir so unterwegs sind glaube ich nie was passiert dass wir irgendwie von der Polizei verjagt worden wären oder irgendwas solange man ein bisschen vorsichtig funktioniert ist ein weiterer Grund warum gerade Skandinavien ein wunderschöner Ort ist zum Reisen weil hier das Jedermannsrecht gilt das bedeutet dass jede Person das Recht hat im Freien zu zelten solange man 200 Meter Abstand oder so von der Nähe ist also man muss nicht mehr groß von der Stadt weggehen und das ist schon etwas Besonderes wenn man nicht mehr das Gefühl hat wir müssen uns ein bisschen verstecken sondern du suchst dir den schönsten Platz aus und dann baust du dein Zelt da auf natürlich ist es vom Wetter und Temperaturen ein bisschen abhängig ich habe es vorhin schon erwähnt wenn es jetzt zu Silvester oben am Nordkap waren minus zwölf Grad zum Zelten sind schon heftig also da braucht man dann schon entsprechende Schlafsäcke um das irgendwie angenehm zu gestalten auch tagelang nur Regen sind im Zelt auch kein schöner Moment ja hier sind nochmal drei Bilder dafür das oberste aus da haben wir oberhalb von einem Pjord in Norwegen gezeltet das ist in der Nähe wo Trolltunga ist so eine Felsformation die so ein bisschen aus dem Fels heraussticht wo dann ganz viele Leute immer drauf zum Fotos machen posieren unten links dann die einfache Variante mit dem Biwak einfach Schlafsack, Isomatte an den Strand gerade in Ländern wie Korsika oder so wo es eigentlich fünf Monate lang nicht regnet ist das ausreichend oder unten rechts das war am Strand in Albanien und dann gerade im Sommer eigentlich auch ganz schön als Sonnenschutz einfach ein Tarp, ein Sonnensiegel aufbauen genau dann kommen wir zu dem bei Freundinnen und Bekannten etc. übernachten Hospitale Exchange ist so der Begriff dafür sind im Endeffekt mehrere Plattformen am bekanntesten war bisher meist Couchsurfing andere sind Trust Roots Welcome jeder der bei diesen Seiten angemeldet ist hat einfach ein Profil und kann wie er möchte einen Schlafplatz anbieten muss aber nicht also Austausch ist in dem Fall ein bisschen falsch weil man kann quasi auch nur geben oder nur nehmen das ist nicht festgelegt und die Schlafplätze die man anbieten kann die wir auch selber bisher hatten reichen von irgendwie einer Ecke am Fußboden in der Küche was in Paris schon sehr sehr viel wert ist zum Beispiel bis zu ganzen Gästezimmern die man für sich hat und andere Sachen ist grundsätzlich eine sehr schöne Sache weil man direkt Anschluss hat gerade wenn man in fremden Städten ist man lernt direkt Leute kennen bekommt ganz viele Tipps auch von vor Ort was man machen kann man findet quasi direkt Anschluss man findet Freunde vor Ort das kann andererseits aber beim langen Reisen auch teilweise etwas anstrengend werden weil man ja halt immer im Austausch im Kontakt mit den Menschen steht man geht zu den Menschen nach Hause und dann fühlt man sich auch schlecht wenn man sich dann ins Zimmer zurückzieht den ganzen Tag vorm Computer sitzt und mit den Leuten nicht redet also es kann manchmal auch einfach anstrengend sein so viel immer mit Menschen im Kontakt zu sein genauso wie beim Trampen wenn man das Gefühl hat jetzt würde ich gerne einfach nur im Auto sitzen und meine Ruhe haben und irgendwo hinfahren das Gleiche gilt eigentlich auch da wenn man ständig bei irgendwelchen anderen Menschen unterwegs ist bei richtig guten Freunden und dazu können auch Couchserver sehr schnell werden es zeichnet sich eigentlich gerade dadurch aus dass man das Gefühl hat man kann da auch einfach mal sitzen und nichts sagen und sich zurückziehen und man kriegt diesen Raum das meist ein Problem für uns bisher dabei war ist dass es sehr inflexibel ist also bei diesen Seiten schreibt man eine Anfrage sagt hey ich bin unterwegs wir machen das und das und dann hättest du vielleicht irgendwie einen Schlafplatz für uns und da man gerade beim Trampen nie weiß wo man am Abend ankommt ist es eine relativ schwierige Sache das voraus zu planen deswegen haben wir das meistens gewusst wir sind genau an dem Tag in der Stadt wir landen dort mit dem Schiff etc. und haben dann da entsprechend die Leute angeschrieben oder auf gut Glück Ja Es gibt mehrere Fragen an dich und zwar nur von Baselpsata als die Frage lautet du hast es ja erwähnt es ist fehlend mit dem Bus zu fahren wenn man früher bucht fährst du mit dem Bus nur innerhalb Deutschlands oder von Deutschland ins Ausland mit dem Flexbus oder gibt es andere Anbieter die du uns empfehlen würdest Ja also bisher der Markt hat sich ja viel geändert früher gab es noch viel mehr Anbieter das ist weniger geworden mittlerweile ist ganz viel Flixbus also ich hatte Glück es gab jetzt zum Beispiel bei Flixbus während Corona haben sie für 14 Euro Tickets verkauft mit denen man einmal quer durch Europa fahren kann das geht bis Ukraine ist die weiteste Strecke oder als wir im Winter hoch zum Nordkap sind auch mit Flixbus da haben wir hoch bis nach Umeo das ist kurz vorm Polarkreis bin mir nicht mehr sicher vielleicht 30 Euro bezahlt von Fulda also vor allem Busse für innereuropäische Verbindungen also um möglichst weite Strecken zu fahren jetzt allein in Deutschland wenn man nur in Deutschland fährt lohnt sich schon fast oft ein Wochenendticket oder sowas ja grundsätzlich in Deutschland ist es vor allem Flixbus in Europa es gibt dann im Ausland noch ein paar andere Anbieter da gibt es aber auch Webseiten dafür bei denen man nach einer Verbindung gucken kann und die gucken nach den günstigsten Verbindungen die es gibt also gerade in der Türkei gibt es ganz viele verschiedene Busanbieter in Osteuropa gibt es Student Agency Jetbus glaube ich und ein paar andere da gibt es eine Seite ich kann es nachher vielleicht nochmal reinschreiben die heißt Busradar oder Buslinien suche auf Deutsch die ganz gut dafür funktioniert nach günstigen Verbindungen zu suchen ansonsten suche ich selber auch immer viel im Internet also es gibt bestimmt Internetseiten wo auch dann gepostet wird wenn es wieder etwas günstiges gibt wie dieses Angebot von Flixbus wo wir uns jeweils glaube ich 10 Tickets gekauft haben für die Zeit nach Corona ja also noch die anderen Fragen also aber zuerst es wäre auch super wenn du die Links oder die Firmen die du gerade genannt hast in den Kommentaren unter dem Video schreibst ja und die andere Frage von Basel Basel hat gehört dass man das Essen nicht im Zelt lagern soll damit die Tiere das nicht riechen und dann werden die danach suchen stimmt das oder und wie machst du das mit dem Essen was leicht zu tragen ist und macht dich länger satt nach einer längeren Reise ja zu essen speziell komme ich nachher nochmal das habe ich dann bei Verpflegung nochmal in dem Ding drin ja also wir haben bisher selten Probleme mit Tieren gehabt wir hatten also ich hatte mal die Situation dass Wildspeine in der Nähe waren wo ich dann auch Sorgen hatte und dann das Essen das Einfachste ist man tut das Essen in den Sack und hängt es in den Baum rein ich glaube gefährlich ist es dann wenn man an Orten ist wo Bären unterwegs sind also das stimmt schon wenn irgendwelche Tiere in der Nähe sind die danach gehen wollen am besten alles was nach Essen riecht in den Sack rein und in den Baum reinhängen dann ist man auf der sicheren Seite aber sonst hatten wir selber nicht wirklich Probleme damit wir hatten mal einen Igel der im Zelt war oder so Sachen ja okay gut dann schauen wo wir jetzt sind ah genau das ist zum Beispiel so eine Geschichte mit Couchsurfing und zwar sind wir ich weiß gar nicht vor zwei Jahren oder irgendwann in Zypen angekommen waren so um die Weihnachtszeit dort und haben auch dann Leuten geschrieben dass wir ankommen ob sie einen Schlafplatz für uns haben und sind in mit der coolsten WG gelandet in der so ziemlich je waren und zwar das besondere in Nord-Zypern ist dass dort sehr viele Leute aus dem Nahen Osten studieren aus Syrien, aus Jemen, aus Gipten etc. der Norden von Zypern ist quasi türkisch kontrolliert und dadurch ist es für die Leute sehr einfach dort Visa zu bekommen zum Studieren das heißt generell ist Nord-Zypern schon ein sehr spannender Ort und wir sind dann in der WG gelandet von Jungs, die alle aus Jemen waren und das war ein Traum also das war so ein Ort, wo man sich wirklich wie zu Hause gefühlt hat und wir waren um die Weihnachtszeit da Paul und ich, wir sind beide nicht religiös das interessiert uns eigentlich nicht viel wir dachten aber lass uns doch irgendwie eine coole Weihnachtsfeier machen einfach kaufen irgendwie ein Geschenk und machen einfach so wie man es im Deutschen kennt mit Wichteln und dann hat ein Freund von uns, man sieht es nicht gut auf dem Bild aber hat dann aus einem Fahrrad und Zweigen einen Weihnachtsbaum gebaut und wir haben dann gewichtelt also ganz viele Leute haben Geschenke mitgebracht und wir haben noch Feuerzangenbohle gemacht und so weiter und das Besondere war an dem Abend auch es waren glaube ich 26 Menschen aus 24 verschiedenen Nationen zusammen die da gesessen haben und gefeiert haben und ich glaube alle ein Fest, was sie selber eigentlich nicht feiern also ich glaube keiner wirklich von uns hat Interesse an Weihnachten aber so diese Feier an sich, das war ja eine wunderschöne Erfahrung also das mit dem, man kommt wo an und fühlt sich wie zu Hause ja, weitere Unterkunft zu das, was wir jetzt in dem Trip vor allem verwendet haben ja, es ist, manche Sachen sind immer so ein bisschen nervig weil sie sich so schwer ins Deutsche übersetzen so im englischen Shelter-Unterstand hört sich so komisch an eine einfache Sache sind so menschengemachte Bauwerke wie hier diese ganzen Schutzhütten in Deutschland hat man auch manchmal Wanderhütten Picknickhütten bei kleinen Picknickplätzen oder sowas Notunterstände das sind Sachen, die eigentlich super sind zum Schlafen das Wichtigste ist, es regnet nicht rein man kann sich irgendwo hinlegen, liegt nicht im Wasser das ist ein super Schlafplatz, so wie es hier war dann gibt es natürliche Unterstände, Schelter wie zum Beispiel Höhlen, Felsvorsprünge oder alles andere was einen so vor Regen schwitzen kann wir haben mal in Spanien eine wunderschöne Nacht in so einer Höhle verbracht und hatten dann ein Gewitter direkt vor unserer Höhle, was wir dann aus der Höhle heraus beobachten konnten und als letzte Variante, was meist dann eher so eine Notlösung ist aber auch wichtig, weil das Wichtigste bei dieser Art zu reisen ist immer Notlösung zu haben also man muss immer damit rechnen, man landet irgendwo, wo man eigentlich nicht hin wollte und dann muss man gucken, wie kommt man jetzt zurecht und so an improvisierten Schlafplätzen zum Beispiel, was ganz gut funktioniert Flughäfen zum Beispiel sind eigentlich ein sehr guter Schlafplatz es ist eigentlich auch sicher, es ist viel Polizei dort man muss sich nicht wirklich Sorgen machen Bahnhöfe, so ein kleiner Dorfbahnhof in Rumänien ist dann schon ganz nett ein großer Bahnhof jetzt in Frankfurt zum Beispiel wäre keine wirkliche Option andere Orte sind auch Hafen, Schiffsterminal etc. generell so Leute, wo Orte, wo Leute auf ihre Verbindungen warten in Ankara zum Beispiel war der beste Schlafplatz in der Stadt wo man da so eine kleine Plattform hatte, wo man gut schlafen könnte andere Variante auch noch an improvisierten Schlafplätzen sind quasi Rohbauten wenn man auch wie in Nordzypern ganz viele unfertige Gebäude hat irgendein leeres Gebäude, was leer steht kann man sich auch zu einem schönen Schlafplatz machen hier habe ich ein paar Bilder davon das war zum Beispiel so eine Wildnishütte in der Nähe von hier im Naturreservar und das war das andere also ich hoffe man kann es sehen bei mir ist es relativ dunkel hier aber so eine kleine Holzhütte, wo jeder rein kann die wird von einem Wanderverein oder so betrieben und wenn man reingeht, hat man einen kleinen Ofen zwei Stockbetten, eine kleine Küchenecke selbst im Winter, wenn es kalt ist, kann man da drin heizen und es sich gemütlich machen und unten links ah ok ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt ich kann es nicht wirklich erkennen, aber ich weiß noch was es ist das war in Zypern in der Nähe von Staudamm war so ein wie gesagt, so ein kleiner Aussichtsturm so eine Plattform aus Holz wo man mit Treppen hochgehen konnte und da haben wir uns dann einfach auf der obersten Ebene bequem gemacht wir waren windgeschützt regengeschützt und hatten eine wunderschöne Aussicht genau, Squad oder im Deutschen würde man besetzte Häuser dazu sagen ähm gibt es in verschiedenen Orten also früher gab es das mal mehr gerade Berlin oder so gab es so eine ganz große hausbesetzte Szene aber ähm gerade in Spanien gibt es da von Meere hier exemplarisch das waren glaube ich auch jetzt die einzigen beide Male wo wir in einem Squad übernachtet haben links war ein wunderschöner Ort das war nicht mal ein Haus, sondern das war ein Boot das war ein altes Boot in Belgrad am Saval ein altes Dampfboot was mal dem König von Serbien und das war so eine politische Gruppe die Veranstaltungen gemacht haben alles Mögliche und die das mit Zustimmung also es war ein legales besetztes Haus des Besitzers sich da eingerichtet haben und auf dem Boot haben wir zwei Wochen gewohnt das ein wunderschöner Ort war vor allem weil es quasi direkt im Zentrum war es waren 20 Minuten der Innenstadt rechts das war ein anderer Squad auch eher untypisches Haus und zwar war das in Tarifa in Spanien direkt an der Grenze zwischen Atlantik und Mittelmeer waren wir durch Zufall entdeckt waren am Strand und haben dann eine Piratenflagge gesehen und haben dann gesehen, dass es so ein altes verfallenes Haus war wo Leute drin gewohnt haben ja, wunderschöner Ort direkt, man hat gegenüber davon die Lichter von Marokko gesehen links war das Mittelmeer rechts rechts der Atlantik und ja einfach ein wunderschöner Ort selber wenig benutzt aber ich kenne es von anderen Leuten die unterwegs waren und dann immer gerade in größeren Städten wie Spanien dann nach dem Cada Occupada den besetzten Haus fragen und dann gucken, ob sie da übernachten können so, jetzt kommen wir auch dann gleich zum Essen Verpflegung Verpflegung ist auch noch eine andere Sache die auch gerade, wenn es um das Finanzielle geht eine große Rolle spielt das Wichtigste oder das Günstigste ist klar immer selber zu kochen und vor allem auch vorbereitet zu sein also gerade, wenn man unterwegs ist und eben kein Essen mehr dabei hat und dann doch in der Tankstelle sich den Benchentwitsch holen muss dann kostet der so viel wie sonst eine Übernachtung im Hostel kostet deswegen haben wir, wenn wir unterwegs sind immer einen relativ großen Vorrat an Lebensmitteln bei uns zum Kochen wir haben bisher eigentlich fast immer mit Gas gekocht weil es einfach ist, so egal wo man ist man stellt das Ding kurz auf und fängt an zu kochen dazu kann ich empfehlen, wenn ihr euch selber einen Gaskocher zulegen wollt und kauft euch Adapter dafür dass so alle möglichen Gängensysteme funktionieren weil je nachdem in welchem Land ihr seid gibt es verschiedene Systeme, um mit Gas zu kochen die deutlich günstiger sind zum Beispiel diese ganz einfachen Stechkartuschen bekommt man in den meisten Ballkalendern für 50 Cent wenn man zum Beispiel in Norwegen ist dann sind das wiederum so Schraubvorschluss Gaskartuschen und das macht einen riesen Unterschied weil eine teure Kartusche kann bis zu 10 Euro kosten eine günstige um einen Euro und gerade wenn man viel kocht, dann macht es schon einen großen Unterschied auch ein Grund, warum wir früher selten mit Feuer gekocht haben war, weil wir eigentlich immer im Süden unterwegs waren wo man meistens nicht kochen und kein Feuer machen durfte gerade Korsika zum Beispiel land im Sommer fünf Monate lang kein Regen und ein riesen Waldbrandgefahr also wenn man da irgendwo ein Feuerchen macht dann kann man sich sicher sein, dass man sofort aus dem Land geschmissen wird wenn sie einen erwischen mittlerweile, gerade hier oben kochen wir sehr viel mit Feuer weil es eigentlich einfach auch Spaß macht es dauert länger, aber gerade wenn man Zeit ist in der Natur ist, ist auch Feuerkochen eine sehr schöne Sache zu dem was wir essen so Grundprinzip ist irgendwelche Sachen mitzunehmen, die trocken sind für die man Wasser braucht damit man möglichst wenig tragen kann also Nudeln, Reis, Linsen Kartoffeln gar nicht mehr so gerade Nudeln, Reis, Linsen sind so die Sachen, die wir am meisten essen also wenn man jetzt so den Tag sich anschaut eigentlich so das Standard-Essen Haferflocken ist ein großartiges Essen, weil man es früh essen kann man kann, wenn man Obst hat, macht man Obst mit rein und es macht satt für lange Zeit und es einfach zu machen kalt, warm und tagsüber ist so unser Standard-Essen ist Eintopf das heißt, wir nehmen die Linsen, Nudeln, Reis etc. und dann gucken wir, was wir gerade so vor Ort an Gemüse oder so haben und machen dann Eintopf draus eine andere Sache noch, wenn man ein bisschen gemütlicher ist was auch ganz gut ist, Nudeln und Tomatenkonzentrate diese kleinen Metalltuben kann man mitnehmen, es wiegt nicht viel und man kann sich zumindest eine Nudel mit Tomatensauce mitmachen ja, das so zum Essen und gerade wenn man selber kocht und die Sachen halbwegs günstig einkauft selbst Norwegen, was das teuerste Land Europas ist und einen erstmal erschreckt, wenn man sieht, dass ein Kilo Kartoffeln 5 Euro kostet im Endeffekt, für 5 Euro hat man ein Kilo Kartoffeln, von denen man doch schon sehr lange essen kann also durch selber kochen kann man selbst in den teuersten Ländern in Europa sehr günstig leben Richtig schön wird es dann natürlich, wenn man zum Beispiel im Balkan unterwegs ist und dann auf den Märkten einkaufen kann, wo das Obst, Gemüse super frisch und zusätzlich auch noch wahnsinnig günstig ist Ohne Geld die Variante, die auch Spaß macht, ist das Containern ganz kurz so für die Leute, die nicht wissen, was Containern im englischen Dumpster Diving bedeutet ganz einfach, es wird wahnsinnig viel Essen weggeschmissen, wie die meisten wissen Sachen sehen nicht mehr gut aus, eine Packung mit drei Paprika, eine ist schlecht also muss die ganze Packung wegschmissen werden, weil wir es nicht mehr verkaufen können Beim Containern geht man einfach zu den Supermärkten, guckt in der Tonne hinter dem Supermarkt und guckt, was da noch so gut ist und ja, also ich kenne viele Leute, die beim Reisen, glaube ich, nur ihr Essen davon beziehen Bei uns ist es so teils teils, wir kaufen auch viel ein, aber hier zum Beispiel haben wir einen Supermarkt wo wir jetzt gestern Abend wieder gefühlt fünf Kilo Bananen rausgeholt haben Habe ich auch ein Bild dazu Genau, hier oben links auf dem Bild könnt ihr sehen, das haben wir an einem Abend aus dem Container rausgeholt Bananenäpfel, Avocados, wahnsinnig viele Avocados Eine Besonderheit noch, gerade hier oben in Skandinavien was ich vor zwei Jahren durch einen Freund gelernt habe, ist neben diesen klassischen Containern, also in den Mülltonnen gucken, ob da was ist was hier sehr viel passiert ist, in die Supermärkte reingehen und gucken, ob irgendwelche Sachen abgelaufen sind Also gerade in Norwegen gab es eigentlich keinen Supermarkt in dem wir nicht relativ viele Sachen gefunden haben, die abgelaufen sind Das gerade bei Sachen, die eigentlich nicht schlecht werden zum Beispiel Haferflocken oder Müsli, Nüsse etc. Also wir waren mit Freunden mal unterwegs und sind mit einem komplett gefüllten Einkaufswagen daraus mit zig Kilo Käse, Pralinen, Schokolade, einfach alles Also das ist ein ganz guter Tipp, wenn man in Skandinavien unterwegs geht ist, einfach mal da versuchen In Deutschland ist es schwieriger da findet man eher selten was weil, glaube ich, viel strenger kontrolliert wird, dass nichts abgelaufen ist in den Regalen ist Ist auch wieder so ein bisschen Graubereich In Deutschland sagt man teilweise es ist illegal, es aus den Mülzern zu holen Andere sagen wiederum, naja, wenn ich es wegwerfe, dann gebe ich den Besitz auf Ich finde, es ist eine gute Sache und bisher gab es relativ wenige Leute, die deswegen wirklich Ärger bekommen haben Also gerade insbesondere in Fulda ist Container eine Sache, die sehr gut funktioniert und von der ich auch weiß, dass es sehr viele Leute machen Ja, dann auf den anderen Bildern sieht man nochmal oben rechts und unten links haben wir auf Feuer gekocht und unten rechts auf unserem Gaskocher Ja Ja, also ich sehe bei den Bildern, du hast es mit Wasser gekocht Also wie macht ihr eigentlich das mit dem Wasser? Nehmt ihr immer zum Beispiel einen 5 Liter Gallo mit? Wie macht ihr das? Ah ja, genau, das kommt nachher auch nochmal davor aber ich kann es jetzt schon mal sagen wir haben Camelback heißen die oder Waterback das sind so große schwarze Säcke die sehen, keine Ahnung, wie ein Wassersack einfach und die nehmen so keinen Platz weg man kann sie aber füllen mit bis zu 5 bis 10 Liter Wasser und dann, wenn wir wissen, wir brauchen irgendwie wir gehen zu unserem Schlafplatz dann machen, gucken wir, dass wir halt auf den Weg dahin auf jeden Fall noch irgendwo Wasser holen das ist gerade in Norwegen auch wieder wunderschön weil du da das Wasser direkt auf den Flüssen holen kannst hier muss man gucken, gegebenenfalls fragt man Leute ob man Wasser haben kann oder findet auch irgendwo Wässerhände im Freien aber im Norden ist das Schöne, weil man nicht mal mehr Wasser tragen muss weil man weiß, alle paar Meter ist irgendwo ein Fluss wo man das Wasser direkt rausholen kann aber Wasser ist zum Beispiel gerade beim Wandern war es bei uns ein großes Problem weil wir dann in den Bergen waren und dann teilweise einen Tag lang kein Wasser gefunden haben und das ist dann kritisch und andererseits aber auch wir keine 10 Kilo, keine 10 Liter Wasser mit uns rumschleppen wollen, weil es schwer ist also Wasser ist ein sehr wichtiger Punkt beziehungsweise zu dem Waterback sage ich nachher auch nochmal ein kleines bisschen was Ja Genau, da sind wir jetzt schon, da kann ich es auch gleich jetzt sagen hier siehst du den auch, rechts unten auf dem Bild ist so ein Waterback da haben wir ihn gerade zum Duschen benutzt das Schöne an diesen Waterbacks, also diesen Wassersäcken ist auch man kann sie super zum Duschen benutzen die sind schwarz und du hängst sie einfach in die Sonne dadurch wärmen sie sich auf am Tag du hängst es morgens hin und abends hast du warmes Wasser zum Duschen oder machst Wasser auf dem Feuer heiß also das ist zum Beispiel auch eine Frage, die oft kommt wie macht ihr das mit dem Duschen unterwegs und für uns ist dieser Waterback dann unsere transportable Dusche quasi als Kopfkissen kann man es auch noch benutzen zum Schlafen oder als Wärmflasche, wenn es kalt ist also hier in der Ausrüstung habe ich jetzt mal die Sachen aufgeschrieben die für mich so das Wichtigste sind also ohne die ich quasi das Haus nicht verlassen würde so das ist klar der Rucksack zumindest wenn ich zu Fuß unterwegs bin da haben wir auch immer also wir haben sehr große Rucksäcke weil wir auch sehr viel mit uns rumschleppen andere schaffen es mit weniger zu reisen bei uns klappt das nicht so viel was ich noch zu den ganzen Sachen sagen will die meisten Sachen bekommt man gut gebraucht also gerade Rucksäcke bei der Matratze ist Schlafsäcke ein bisschen schwieriger aber viele Sachen empfehlen erstmal bei eBay Kleinanzeigen oder sowas zu gucken wenn ihr verreisen wollt guckt ihr ob ihr die Sachen gebraucht bekommt weil ihr gebraucht viel bessere weil eine viel bessere Qualität zum gleichen Preis oder günstiger bekommt generell bei Ausrüstung wenn du anfangen willst zu reisen erstmal weniger kaufen oder mitnehmen vielleicht sogar fragen ob man sich was ausleihen kann weil du relativ früh selber merkst was für Sachen für dich wichtig sind also für mich ist ein sehr großer Rucksack wichtig Schlafsack ist auch relativ wichtig aber zum Beispiel als wir jetzt hoch zum Nordkap sind Winter und wir wussten es wird so kalt wussten wir dass wir gute Schlafsäcke brauchen ein richtig guter Schlafsack für minus 12 Grad der kostet aber auch gleich 4, 5, 600 Euro was wir stattdessen gemacht haben ist wir haben uns Armeeschlafsäcke gekauft bei eBay für 40 Euro die auch unser Arm gehalten haben die nur den großen Nachteil haben sie sind einfach riesengroß und schwer aber für eine Reise zum Ausprobieren lohnt es sich nicht 500 Euro für einen Schlafsack auszugeben deswegen ruhig immer erstmal mit den einfachen kleineren Sachen anfangen irgendwann wenn ich weiß ich will jeden Winter im Tiefschnee verbringen dann lohnt sich vielleicht auch irgendwann mal so ein großer teurer Schlafsack bisher tut es das nicht genauso ist Matratze für mich sehr wichtig weil wir einfach Monate unterwegs sind und dann ist es quasi das Bett deswegen brauche ich da was was komfortabel ist Zelt ist es vor allem wichtig dass es leicht ist für uns so sonst kann ich bei Zelt nicht viel sagen kann man auch mit dem einfachsten anfangen beim Topf mittlerweile für uns das wichtigste dass da auch ein Feuer funktioniert vorher hatten wir so einen aus Silikon den konnte man zusammenfalten das war ganz schön weil der Topf dann wirklich so groß wurde wie eine Frisbee hat aber das Problem gehabt dass man damit nicht auf dem Feuer kochen konnte dann der Kocher auch wieder wenn die Reise ist gedacht ist nur irgendwie hoch in Skandinavien und es reicht auch irgendwie nur auf Feuer zu kochen dann reicht es auch für uns ist eigentlich wichtig weil wir auch jederzeit wenn wir irgendwo in der Stadt sind irgendwo wo es nicht passt oder wie jetzt ich hier sitze unter diesem Vorsprung wenn ich hier kochen würde hier kann ich kein Feuer machen mit so einem Gaskocher könnte ich ja auch einfach kochen dann nochmal dazu die Adapter die kosten auch nicht viel mit denen man dann auch alle verschiedenen Systeme betreiben kann weil es ist ärgerlich man landet in irgendeinem Land und dann findet man heraus so die Gaskartuschen dort gibt es für meinen Kocher nicht und auf keinen Fall irgend so einen speziellen Camping Gas Klick System oder so kaufen die sind komfortabel kosten aber das Zehnfache von einem ganz einfachen dann der Camel Bag also wieder diese Wassertasche auch sehr wichtig was immer dabei sein sollte ist eine Erste-Hilfe-Tasche du weißt nie wo du unterwegs bist wo du landest es ist wichtig immer bereit zu sein für jede Situation vorbereitet zu sein und dementsprechend ist natürlich eine Erste-Hilfe-Tasche wichtig dann für mich mit einer der wichtigsten Sachen auch das Handy da komme ich nachher nochmal ein bisschen dazu warum das für mich so wichtig ist und was mittlerweile auch für mich mit einer der wichtigsten Sachen geworden ist das Solarpanel so vorher war beim Reisen das ständige Problem der Stromversorgung das heißt immer such nach einer Steckdose und wenn man dann irgendwo unterwegs ist und dann ist irgendwie nach ein paar Stunden kein Strom mehr dann funktioniert die Karte nicht mehr und alles funktioniert nicht mehr und so Solarpanels reichen komplett um alles was man dabei hat aufzuladen im Sommer zumindest und da ist es dann auch egal ob man an irgendeinem Strand ist wo es keine Steckdosen gibt und hat trotzdem Strom für zwei Wochen Powerbank habe ich auch immer dabei weil es mir hilft aber ist jetzt nicht vielleicht das Wichtigste andere Sachen die für mich auch wichtig sind so was ich gerne beim Laptop so wie man gerade sieht sonst könnte ich zum Beispiel hier nicht diesen Vortrag halten gucke auch abends gerne meine Serien mache was mit Bildern etc. aber das sind alles Sachen die sind ein Luxus so die Sachen die ich hier aufgeschrieben habe sind die Sachen ohne die ich quasi nicht das Haus verlassen will ja also mich würde interessieren wie viel kostet dieses Teil also die Solarpanel geht 40 Euro ungefähr glaube ich ja 40 50 Euro und die ist es definitiv wert also wir haben zwei Stück davon und die haben jetzt auch schon ebay genau eins habe ich gebraucht gekauft ein bisschen günstiger für 40 das neue hat glaube ich 50 gekostet oder so ja wir haben die ungefähr vier Jahre jetzt die sind super also jetzt selbst zum Beispiel reicht es für mich um Laptop aufzuladen am Anfang als wir die zwei Wochen unterwegs waren mit dem Fahrrad beim Fahrrad das ist auch cool mit dem Solarpanel man hängt es einfach hinten aufs Fahrrad drauf oder aufs Boot oder wie hier auf dem Rucksack und kann die ganze Zeit Tag über seine Sachen aufladen und mit dem kann ich zum Beispiel die ganze Zeit mein Laptop aufladen also ja definitiv wert für mich so genau dann Ressourcen da geht es so ein bisschen darum so wo wir ja unsere Information oder so Informationen die wir unterwegs brauchen herbekommen das sind einmal die Online Ressourcen dann das andere sind Offline Karten mit so das Wichtigste für mich wenn wir unterwegs sind und dann die Dictionaries komme ich gleich dazu was die einzelnen Sachen sind Online Ressourcen sind zum Beispiel ich muss mal ganz kurz hier nochmal im Akku gucken dass der nicht leer wird so also eine ganz wichtige Sache zum Beispiel für mich sind Facebook Gruppen so als wir damals mit dem Boot nach Irland sind wussten wir nicht wie ist die Lage vor Ort muss ich das Boot anmelden wie kann ich Schleusen benutzen wie ist die rechtliche Lage darf ich da komme ich da lang wo kriege ich Karten etc. und ich habe auf Ebay geschaut da gab es eine Facebook Gruppe von Bootsbesitzern in Irland und das war ein Traum also ich habe kurz geschrieben mit den Fragen und sofort haben mir Leute die Karten zugeschickt wir wurden von Leuten nach Hause eingeladen wenn wir auf der Strecke vorbeikommen wenn wir was gebraucht haben konnten wir in der Gruppe Bescheid sagen also Facebook so kritisch man es mit vielen Sachen sehen kann ist für mich immer noch so für was Netzwerke anbetrifft absolut unverzichtbar also das ist so eine Sache die ich zum Beispiel nicht verstehe wenn ich heute von vielen Leuten oder wie ich höre dass Facebook quasi nur noch für ältere Menschen ist und junge Menschen eigentlich kein Facebook mehr benutzen wo ich nicht so ganz verstehe wie kriegen Menschen dann Kontakt also was mache ich mit Instagram wie hilft mir Instagram rauszufinden wie ich mit einem Boot durch Irland komme wenn das jemand erklären kann würde mich sehr interessieren weiß nicht ob Hashtags dafür reichen mit das wichtigste für das wichtigste oder ja die Bibel quasi für das Hitch-Wiki das ist eine Webseite die wie Wikipedia funktioniert wo jeder Infos drauf hinzufügen kann und da findest du Orte für alles also gerade wenn du loskrempen willst und du willst nehmen wir an nach Spanien dann ist das Beste erstmal wie ist es denn in Spanien und dann wirst du da schon mal lesen naja Spanien funktioniert nicht so gut mach dich auf lange Wartezeiten gefasst oder Italien wirst du erfahren nein in Italien zum Beispiel ist es theoretisch verboten an den Raststätten an der Autobahn lauter solche Sachen also mit die wichtigste Information das Datenbank quasi Nomad Wiki ist sowas ähnliches generell fürs Reisen also Reisen ist da ein bisschen weiß nicht ob das der richtige Begriff ist generell für Leute die quasi kein festes Zuhause haben oder wenig sondern viel unterwegs sind und da haben wir zum Beispiel für diese Reise dann die Informationen über diese ganzen Hütten bekommen so auf der Seite gab es dann Informationen für Unterkünfte und da haben wir dann Karten gefunden wo die ganzen Shelter Unterkünfte hier eingezeichnet sind dann Squadrider.net ist noch eine andere gute Seite die ich viel benutze gerade in großen Städten wo Veranstaltungen angezeigt werden also zum Beispiel was ihr in Fulda wahrscheinlich kennt die Küfer Leute treffen sich kochen zusammen oder auch so Veranstaltungen die es im Wohnzimmer gibt die in irgendwelchen sozialen Zentren stattfinden die findet man dann dort zum Beispiel als wir in Kopenhagen waren das letzte Mal haben wir dann darüber dann da eine Veranstaltung gefunden auch eine schöne Art irgendwie Anschluss dann an Menschen zu finden und das andere dann nochmal Trust Roots ist dann wiederum so eine Seite für Hospitality Exchange also wo man Leute finden kann bei denen man übernachten kann aber generell auch Leute anschreiben kann also wenn da jemand ein Profil hat in der Stadt in der ich Ehe bin dann kann man auch mal schreiben und sagen hey ich komme da vorbei kannst du mir die Stadt zeigen oder hast du Lust mit mir zu kochen oder generell zum Vernetzen von Menschen die reisen würde ich sagen ja so dann mit quasi das eigentlich wichtigste für mich beim Reisen sind die Offline Karten das ist in dem Fall jetzt was ich benutze das OpenStreetMap das ist auch eine Karte die funktioniert wie Wikipedia also jeder kann da Sachen hinzufügen und die wird quasi als Gemeinschaftsarbeit ist die entstanden und jeder kann sie frei nutzen und sie und sie ist vom ja ist im Endeffekt deutlich besser als Google Maps oder anderes weil sie einfach wahnsinnig viele Detailinformationen hat jetzt hier in dem Beispiel zum Beispiel habe ich nach Trinkwasser gesucht ich bin irgendwo, brauche Wasser, gebe Trinkwasser ein und er zeigt mir auf der Karte wo sind die nächsten Orte wo ich Trinkwasser finden kann und das Ganze mit vielen anderen Sachen mit Schelte ich brauche einen Platz zum Schlafen also gebe ich einen Schelter und er zeigt mir auf der Karte an wo sie die Unterkünfte und gleichzeitig kann ich aber auch selber wenn ich unterwegs bin und sehe okay das hier der Wasserhahn ist noch nicht auf der Karte das Häuschen hier ist noch nicht auf der Karte kann ich wenn ich vorbeikomme selber dieses Häuschen da eintragen also und vor allem man kann es offline benutzen das heißt ich kann die ganzen Karten aufs Handy runterladen braucht schon sehr viel Speicher aber gerade auch dort wo man kein Internet hat also das ist wahnsinnig hilfreich also auch eine Sache ohne die ich quasi das Haus nicht mehr verlassen würde ähnlich auch mit den Dictionaries das sind quasi Datenbanken die man offline am Handy benutzen kann da gibt es eine Software die ich benutze hier steht auch der Link dazu generell kann man sich glaube ich auch statt mitschreiben können Leute auch einfach ein Screenshot machen aber sonst kann man die Sachen auch noch mal in die Kommentare runterschreiben Art Dictionary heißt das und für die Software die macht man aufs Handy und dann kann man die Datenbanken runterladen das ist dann eine Datei so kann man sich zum Beispiel die komplette Wikipedia runterladen die ist groß aber dafür hat man quasi das komplette Wissen der Wikipedia in seinem Handy dabei und das ist im Endeffekt der beste Reiseführer den man haben kann egal in welchem Ort man auftaucht man gibt den Namen ein und erfährt sofort die Geschichte die Vergangenheit des Ortes ähnliches mit Wikivoyage das ist so eine Datenbank für Reisetipps wenn du wo bist wo ist der schönste Strand was gibt es zu tun, was gibt es für Sehnenwürdigkeiten auch wichtig beim Reisen das gleiche gibt es als Übersetzer für alle möglichen Sprachkombinationen als Übersetzer du bist per Anhalterweg, sprich die Sprache nicht und dann kannst du direkt nach den Wörtern nachschauen genauso kann man auch das Hitchwiki offline dann auf dem Handy mit sich führen sodass du jederzeit nachschauen kannst okay ich bin jetzt in Berlin gelandet wie komme ich von hier am besten nach Amsterdam zum Beispiel hier sieht man jetzt mal wie das funktioniert zum Beispiel jetzt habe ich diese Software Art Dictionary gibt Fulda ein sieht man im linken Bild und dann zeigt er mir die verschiedenen Einträge zum Beispiel Fulda Hitchwiki Fulda Wikivoyage Fulda Wikipedia in der Mitte siehst du dann den Eintrag für Hitchwiki zum Beispiel wie komme ich aus Fulda raus da steht jetzt wenn ich auf die A7 Richtung Kassel Hamburg will steht dann genau die Beschreibung wo kann ich am besten hingehen wo fange ich an zu trempen und das ist wahnsinnig viel wert weil man sich viel Laufen auch damit erspart und ganz rechts zum Beispiel dann das gleiche nochmal für Wikipedia ich bin zum ersten Mal in Fulda wir wissen was ist hier passiert was ist die Geschichte der Stadt will mich ein bisschen reinlesen und habe das komplette Wissen quasi in meiner Hosentatsche und deswegen ist das Handy für mich so wichtig und deswegen habe ich immer Solar und Powerbanks dabei damit ich das immer zur Verfügung habe gut das war es dann jetzt auch sofort erstmal mit dem Vortrag hier weitere Fragen ja erstmal vielen Dank also es gibt soweit keine weiteren Fragen es gibt die Bitte dass du die Präsentation zur Verfügung stellen kannst also ich werde dich mal darauf hinweisen dass wir dieses Live-Video auf unserer Facebook-Seite behalten und also jeder kann sich jederzeit anschauen ja also ich habe ein paar Fragen an dich Tobias und das sind manchmal persönliche Fragen wenn es für dich okay ist ja ja klar erste Frage was ist der schönste Ort den du besucht hast? also ja es wechselt immer ein bisschen also früher war es ganz lange Korsika dann Irland dann Israel und mittlerweile sehr viel Norwegen also gerade habe ich so das Gefühl es zieht mich gerade immer wieder nach Norwegen so das ist so jedes Land hat seine verschiedenen Sachen aber gerade in Norwegen ist es glaube ich so die Landschaft ist wunderschön Trampen funktioniert gut das frische Wasser was man überall hat und das man einfach überall zerhalten darf das ist glaube ich so eine Kombination die es wirklich zu so einem Traumort macht also ich kann jede Person die anfangen möchte irgendwie zu reisen auf jeden Fall empfehlen Skandinavien anzufangen weil es einfach sehr einfach ist so man hat nicht das Problem jetzt einen Schlafplatz zu suchen man kann einfach das Zelt irgendwo aufbauen man hat nicht das Problem nach Wasser zu suchen Schweden ist nicht so leicht zum Trampen es ist schwer hier aber es ist trotzdem ein wunderschönes Land ja hast du schon eine Erfahrung gemacht und dann hast du gesagt ich werde niemals reisen ohne Geld oder bis jetzt waren alle Erfahrungen gut und schön ja alles schön also natürlich wir waren schon verzweifelt also gerade beim Trampen es ist Nacht es ist kalt du willst nur noch schlafen du bist aber irgendwo mitten auf der Autobahn und hoffst auf irgendjemanden der dich mitnimmt also es gibt schon Momente wo du denkst fuck ich wäre jetzt gern in einem Hotel oder zuhause ich glaube Tobias wir hören dich nicht mehr hörst du mich hörst du mich Tobias ich glaube die Internetverbindung bei Tobias ist untergebrochen oder gebrochen ja mal schauen wie es geht wir warten bei Momenten vielleicht hat er wieder Internet und kann er wieder einschalten und also in dieser Zeit würde ich euch bitten die Fragen zu stellen in die Kommentare und wenn wir also Tobias nicht wiederkicken ich würde ihn nochmal darum bitten dass er auch in die Kommentare diese Frage beantworten wird er wird Tobias hörst du mich ja ok genau also bis jetzt haben wir für die nächste Zeit keine Veranstaltung aber wir sind in der Planung eine sehr spannende Veranstaltung ok Tobias ist ausgetreten wir warten nochmal auf Tobias ja also nach also vor wenigen Wochen habe ich einen Vortrag gehalten mit Mohammed Wallah über Syrien und ein alter Freund von mir in Damaskus hat mich angerufen und er hat sich getraut mit uns ein Live Interview aus Damaskus zu machen und wir sind gerade in der Planung ok so jetzt habe ich dich wieder jetzt habe ich dich wieder ok wir hatten hier ein kleines technisches Problem gut wir hatten ein ja und es gibt Fragen also in dieser Zeit habe ich zwei Fragen bekommen ja erste Frage lautet wie viel Kleidung benötigt ihr ungefähr für eine Reise das kommt ganz darauf an wo man unterwegs ist also würde sagen normal habe ich zwei Sätze Klamotten dabei so von allen zwei Stück und dann waschen wir die regelmäßig unterwegs so aber es kommt wirklich darauf an auch wo man ist also wenn man jetzt weiß man ist nach Zyper geht nach Zyper da wird es nie kalt also da brauche ich keine Jacke und keine lange Hose da habe ich eine Badehose und eine kurze Hose aber hängt wirklich davon ab wo man unterwegs ist ok das hängt von dem Reiseziel ab die zweite Frage wie viel ist ausreichend ich nehme an das mit dem Geld ne es kommt darauf an wofür also im Endeffekt ist 0 Euro möglich aber jetzt nehmen wir an das Mindeste was du wenn du jetzt nicht Container brauchst ist Geld für Essen und das ist da reichen 2 Euro am Tag oder sowas wenn du günstig einkaufst 3 Euro vielleicht ja also soweit gibt es keine weiteren Fragen und ja hast du schon mal eine gefährliche Situation erlebt oder wo du dich gefährdet gefasst hast ja also so das Schlimmste bisher war wenn Leute einfach gerast sind also wir hatten das vor allem in Corsica mehrmals dass Leute einfach wahnsinnig schnell gefahren sind und wir hatten eine Frau die hat uns mitgenommen und die ist wirklich wie eine Rennfahrerin ist die an den Kurven am Berg entlang gerutscht und so weiter also das war so das sind waren die gruseligsten Erfahrungen eigentlich ja wenn Leute rasen da ist es eigentlich das ist möchte ich nur kurz sagen so eigentlich ist es da das sinnvollste immer dann auch einfach zu sagen nö reicht nicht ich laufe lieber so dass das da fehlt dann auch so die Überwindung so aber eigentlich sollte man in solchen Momenten dann sagen ich laufe lieber das ist das Risiko nicht wert aber oft fehlt da die Überwindung dann in dem Moment ja es gibt eine weitere Frage also wenn ich so runter gucke da gibt es einen zweiten Laptop unter dem Tisch und kann ich eure Fragen sehen deswegen das soll ja nicht so komisch aussehen wenn ich das mache welche Medikamente nehmt ihr oder habt ihr immer dabei Medikamente? ja jetzt haben wir dabei Paracetamol Aspirin und wir haben immer eine Dipanthen eine Heilsalbe wenn man sich verbrennt ja und eine Bandage eine Bandage genau eine Bandage falls man sich irgendwie einen Knöchel verstaucht und sonst halt allgemein den Erste-Hilfe-Kasten noch eine Frage von mir was war die schlimmste Erlebnis oder die schlimmste Erfahrung die wir bisher gemacht haben vielleicht ist es eine sehr besöhnliche Frage das schlimmste was? das schlimmste Erlebnis ich muss gerade hier ein bisschen gucken weil der Strom gerade ein bisschen knapp wird und die Pole Bank irgendwie spinnt also gerade ist das Schlimmste dass die USB-Kabel alle den Geist aufgeben aber so also wenn ich mich bei Trantran erinnere da sind wir nachts durch Andorra gewandert so ein Bergweg hoch und auf einmal war Paula weg und sie ist neben den Weg gegangen und ist abgestürzt neben dem Berg und es war komplett dunkel und wir waren oben und man wusste nicht wie es tief ist und ich bin mit Rucksack hinterher gesprungen und hab sie dann da raus gezogen und in dem Moment war es wirklich nicht klar ob wir da kurz vorm Abhang sind oder so am nächsten Tag bei Licht sah es nicht mehr ganz so gefährlich aus aber es war schon es war eine sehr gruselige Situation da sind wir auch dann ins nächste Hotel und haben dann da übernachtet Ja, noch eine Warte Frage habt ihr schon gefährliche Situationen in der Natur erlebt? Gefährlich Starker Wind mal wo wir wirklich dann in so einen Bunker rein mussten weil die Sachen so geflogen sind dass wir Angst hatten dass es uns erschlägt Wildschweine in Korsika aber jetzt also wirklich bedrohlich im Sinne von lebensbedrohlich ne also es gab schon mal so Sachen wenn wir geklettert sind oder so die ein bisschen riskant waren aber da hätten wir jetzt dann vielleicht ein gebrochenes Bein riskiert aber jetzt nicht unser Leben unbedingt ok also ich habe vor also ich habe vor also ich habe letztes Jahr das erste Mal mit dem Reisen ohne Geld probiert und das war ja eine versweifelte Erfahrung für mich wie war das erste Mal für euch würde mich interessieren ich muss mal ganz kurz hier was machen mit dem Strom ja deswegen mache ich das mal kurz jetzt schnell nehm dir die Zeit also ihr Lieben ihr könnt die Fragen stellen während Tobias den Strom oder das Problem los mit dem Strom in Schweden und vielleicht das ist eine Live-Erfahrung was er gerade macht Tobias leider wir können dich nicht sehen vielleicht wenn die Internetverbindung bei dir besser ist kannst du das Video wieder anschalten dann können wir wieder dich sehen also ja ich habe die ok Tobias bist du wieder da ich glaube Tobias ist gerade ausgetreten werde ich kurz erzählen vor dem ersten Mal also ich habe Italien ausgesucht und Tobias hat es schon erwähnt das ist schwierig da also Reisen ohne Geld zu machen mit dem Trampen und so weiter da kam ich eigentlich nicht zu weit ok ich bin wieder da du bist wieder da ja ich habe versucht ein bisschen von meiner Erfahrung zu erzählen in deiner Obwesenheit ja genau hast du das Problem mit dem Strom gelöst mit dem Kabel ich hoffe es ich bin mir nicht so sicher das ist das Hauptproblem dass die ganzen USB-Kabel alle aufgeben nach eins nach dem anderen deswegen deswegen ich hoffe mal funktioniert ja also welche Insekte haben euch begegnet Insekten Insekten ja hier haben wir ganz viele mittlerweile Zecken und Moskitos also das Schlimmste was wir hatten als wir hoch nach Finnland sind und Norwegen vor zwei Jahren da mussten wir wirklich solche Netze über den Kopf anziehen weil alles voll mit Moskitos war und in Serbien als wir auf dem Boot gewohnt haben war auch alles voll mit Mücken ja mit dem Moskitos habt ihr schon ein bestimmtes Spray oder insekten Spray auf euren Kolber auch benutzt das habe ich schon gemacht in Italien weil mit Moskitos schrecklich wir haben ganz normale also in Schottland haben alle gesagt es gibt so eine Creme die mit Zitrone ist die sie gut helfen soll aber ich muss da mal im Krankenhaus aber ich habe jetzt auch keinen speziellen Tipp gegen Moskitos also wir haben ganz oft Feuer gemacht in der Hoffnung dass sie dann verschwinden genau also bis jetzt gibt es keine weiteren Fragen ja du hast uns immer noch nicht erzählt wie es war beim ersten Mal bei euch mit dem Reisen ohne Geld Trampen und so weiter bei mir alleine war es damals so früher in der Gegend ein bisschen Trampen und dann später nach Andorra so wir zusammen das allererste Mal da sind wir da wollten wir zum Konzert nach Berlin und sind nach Berlin getrampt und das war für Paula das allererste Mal Trampen und das war super und dann haben wir auch direkt zwei Monate später unsere erste große Reise nach Griechenland gemacht das war nicht komplett per Anhalter da sind wir per Anhalter nach Venedig dann mit dem Boot runter nach Patras glaube ich und dann per Anhalter nach Athen rüber und das war auch eine wunderschöne Reise und seitdem haben wir nicht aufgehört okay cool also ich sehe soweit noch keine weiteren Fragen Möchtest du uns zum Schluss etwas sagen fällt mir gerade nicht so wirklich ein also ich würde sagen dass es generell jedem mal empfehlen würde zu probieren also gerade zum Beispiel Trampen und zum Anfang würde ich allen empfehlen es zu zweit zu machen es ist sicherer und ihr fühlt euch vor allem auch sicherer und es ist auch nicht so langweilig okay also auf jeden Fall am Anfang okay wie verteidigt ihr euch gegen Tieren wenn ihr von Tieren angegriffen wurdet habt ihr zum Beispiel Pfefferspray oder ein Messer dabei zum verteidigen also was für früher wir hatten früher immer Pfefferspray dabei wir haben es nie benutzt das Problem bei Pfefferspray ist dass es in vielen Ländern ist es verboten also in vielen Ländern ist Pfefferspray wie eine Waffe und wenn du damit erwischt wirst ist es wie als hättest du fast als hättest du eine Pistole dabei also deswegen haben wir damit aufgehört sonst so was wir teilweise was was wir selber ganz oft machen Hunde ist eigentlich das Hauptproblem wenn wir unterwegs sind dass irgendwie Hunde ankommen uns anbellen und dann ist so das Einfachste immer so einen Stein nehmen hochheben und so tun als würde man werfen wollen das hilft eigentlich immer bei allen Hunden und andere Tiere hatten wir bisher nicht die uns irgendwie zu nahe gekommen wären Okay, ich bedanke mich bei dir Tobias für diesen tollen Vortrag also du hast mich damals inspiriert und das hast du auch schon wieder und ich möchte gerne jetzt also Richtung Norden trampen und reisen wenn die Pandemie vorbei ist und wenn die Situation locker ist also vielen Dank für diese tollen Informationen und dass du mit uns deine Erfahrungen geteilt hast also vielen Dank dafür Gerne, gerne Norden ist gerade jetzt wunderschön wir haben jetzt Mitternachtssonne es wird hier nicht mehr dunkel nachts also selbst hier es wird gegen elf, zwölf wird es ein kleines bisschen dunkel und dann eine Stunde später ist es wieder hell und das ist eine wunderschöne Erfahrung als wir ganz oben waren, man hat ununterbrochen Sonne Mitternachts noch immer Sonnenschein das ist eine wunderschöne Erfahrung also kann ich dir sehr, sehr empfehlen Also vielen Dank, also ich persönlich würde ich in meinen Semesterferien machen das hast du schon erwähnt, man hat Zeit in Semesterferien und kriege ich Geld und ich würde auch die Gelegenheit nutzen Richtung Norden, also zu fahren und mich inspirieren zu lassen von dem wunderschönen Natto da und ich möchte mich auch wiederum bei allen Zuschauern und alle die Fragen gestellt haben bedanken also vielen Dank für das Zuschauen und wir sehen uns bald mach's gut, danke Tobias, ciao Dankeschön, ciao